ich wollte sie an muss nein das war die ab herzlich willkommen ist ja das muss so kann ich das will ich jetzt wissen es braucht zwei wenn das geht dann braucht das echt jeder das geht was das braucht jeder schaust mir gleich an und es zeigt mir noch die wenn ich dafür weiß nach dass das war nicht ernst hast du den saster und eine kiste gelegt weil hier ist schon wieder keiner drin da ist so noch das kann ja gut kommt kommt doch hoch zumal ich stehe an der kiste ich bin und ich bin und hast letztendlich mehr was da rein ich weiß es nicht was ich machen und alles gesagt weil ich dich jetzt ein paar was du tun zu einem Prozent meine dass da ich nur zu zehn Prozent Prozent ein ich bin ein Bootsmann landen und fahre hier durch den Hafen obwohl ich es gar nicht darf was 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 hast du glaubst wo sie gewonnen er hätte recht doch mal auf dem Weg hallo die Träger wasser gut im wasser was mir angezeigt da ist niemand ich gehe mal hin aber niemand angezeigt jetzt bist du am land was muss das nachladen ach so dass sie die hundertprozentige aber er verraste in zwei herzen toll aber mir geht die muni davon ich habe es ein magazin mit dem schuss deshalb erst gar keine munition mehr aber du bist auf dem boot ich schlage dich jetzt mit pop-chop da essen ich meine kann ich nicht verfolgen sitzt du schon wieder da oben ja ich kenne ich natürlich nicht damit ja war scheiße ich hab warum zählt das nicht du warst in einem scheiß gerät dran hat weil er hat mein netter star ja die verrunde scheiß ich habe ein halbes schiffel kaputt geschossen scheiß ich hatte knopf von der eigens zurück ab und geschossen mir liegt hier noch ich habe ich habe ich habe meine gerade bei den erster für die knappe geworfen das ist ich 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 bin ja die ich bin besten spieler das Jahrtausend nein ist ja Jahrhunderts hier über die autobahn heizen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin tot dass mich nein zombies was machst du da drauf wird nur ich kann gegen baby zum mit dem kann man nicht gehen mit dabei war so richtig nicht baby zum mit dem bist du hast du schon wieder meine wester nicht höchstwahrscheinlich hast du meine wester nein das kommt ja die hat sowieso nicht toll wie unauffällig wie unauffällig m die wegspinne die weg jetzt und auch nicht bis ich versteck ich habe das dann auch so ich will auch nicht getroffen wird es gedacht scheiße mann ich dachte du siehst mich nicht ich bin ja so ein geheimagent ich bin ja bis von den hat ich habe das gelächte weg zu machen das nervt ich kann konnte kein plötz ja ich kann nichts machen weil ich muss mich hoch von der zeit von dem scheiß baby zum bieten es gibt den eingang die so ich habe ein problem ich habe nur noch fünf ich habe noch fünf schuss für die uhr sind für magazine für die usb wenn ich noch mal der leckere guck mal so wie will man die wegbekommen guck ich mach du keinen schaden in die hand nimm die hand ja das geht nicht wach wach guck man kann nichts machen gegen den man kann die mit einer waffe nicht treffen der brennt nicht mal nein schau ich ziehe direkt auf die zuschauer kann ziehen die hitbox von dem ist mega ich sage vielleicht mal vorsichtig mit meiner munition umgehen warte ich habe panzer geschossen ich habe panzer geschossen aber blöcke lassen mich jetzt hier mein haus rein ich gehe jetzt hier mein haus muss irgendwo ein aufgang sein ich mache mal vor allem schattet schattet gewalttätiger alle müssen sind alle wie wenig ist es hat ich denn dabei baby jami nach gut hier schwert und schaut und noch ein skelett und schaut du bist du denn nicht sucht ich kann ich dich auch du bist mein neuerster höchstwahrscheinlich nicht ganz jetzt hätte ich meine jetzt hätte ich die missens gut gebrauchen können was wohin hast du dich jetzt schon wieder gerettet ich bin 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 ich immer lang kommen es ist es ist unwichtig Von innen gibt es einen Eingang, ja. Da oben kommst du da lang. Von hier gibt es einen Eingang in das hier rein. Von hier aus geht es dann nach da. Und hier aus geht es dann nach hier. Das ist mein Haus. Lass mich. Ich... Ich baue mich zum Haus. Toll. Wo bist denn du? Ich baue mir Häuser. Ich baue mir noch mehr Verzweigungen. Wo bist du? Sag mal, welche Farbe der Container hat? Äh, grün. Grün, oh Gott. Ähm, 2 und 2, glaube ich. Ja, ich glaube ich habe auch in welche reingebaut. Ich habe mir raus gegenüber. Wo bist denn du? Irgendwo. Ja, irgendwo bei meinem Neversau. Oder was? Nein, ich bin... Ich schwöre die, ich bin noch in irgendwelchen Containern. Okay. Aus Wolle. Aus Wolle. Sehr stabil muss ich sagen. Ich hätte die Flammen... Ich hätte mir... Ich muss mir mal irgendwann Flammenwerfer machen. Ach doch. Schidi doch Monotov Cocktails. Ja gut. Ein Cocktail. Für und alle zusammen. Ein Cocktails. Wo du dich reingebaut hast. Das ist ein tolles Haus hier. So, ich gehe mal wieder hoch um mein Haus. Grab mich mal weiter in die Richtung. Immer weiter in eine Richtung graben. Ist voll sicher. Ja, ich habe schon gleich am Ende. Und... Ende. Das habe ich auch einmal durch alle Container durchgebaut. Hm. Das ist lustig. Doch. 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 Ich bin... Beobachtete mich gerade, wie ich hier heute baue. Nee, überhaupt nicht. Haha. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dummkopf 1,6,9 und pro KG. Warum? Bring sie hier nochmal aus. Hier. Ich bin... Habe ich das... Äh, habe ich gebaut. Wo bist du denn? Hm. Die... Große Frage der Fragen. Die... Die Frage aller Fragen, die man sich... Ne, die Frage aller Fragen. Die Fragen. Fragen, 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 Fragen Fragen wenn Fragen, Fragen 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 Fragen. Das war ein sinnvoller Satz. hast du nicht gesehen du hast mich gesehen na klar ja du hättest mich eigentlich auch sehen müssen aber da du bist warst ich stand auf offenem feld über das komplette offene feld gelaufen vor deinem riesenhaus oder wie das auch immer nennen ich tue jetzt mal nett aus der umplätze ich bin kurz davor dass ich habe es gedacht doch kommen wenn du eh nicht mehr mit mir ausbauen spielt dann hole ich mir erst dann kommst du auch mal wer es mit mir spielen wo bist denn du gut dass die töte kreislich aufgegangen ist ja toll du hast meinen eigenen du hast deine eigenen das ist auch noch ja scheiße ich muss dich jetzt gehen ich gehe in meine fünf billionen sterne villa fünf billionen sterne villa fünf billionen sterne villa aber nicht von drei sterne aus dem man eine will ihren sterne aus der stirn das ist wahrscheinlich die fähre oder so treffe ich bleibe noch mal stehen ich will sie schließen machen wo bist du in meinen häusern da oben stehst du na warte denn häuser mögen monotow cocktail habe ich gehört aber ich bin feuerwehrmann sam ey ich bin feuerwehrmann sam du 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 nein ich bin feuerwehrmann sam ja wie die foederkeit ja wie feuerwehrmann falten ja wie die feuerwehrmann sam spiel feuerwehrmann sam bis Geh aus meinem Haus raus, ist meins. Hä? Ich habe genau auf dich gezielt und dir überhaupt keinen Schaum gemacht. Geh jetzt aus meinem Haus raus, ist meins. Hey, hier brennt die Hütte. Geh weg! Meine Connection ist extrem schlecht. Ich schieße teilweise und verbrauche keine Ammo oder so ein Kram. Wo bin ich? Hä? Ach jetzt hier... Hä? Das ist doch... Ich habe ganz schlecht in der Verbindung. Daran könnte es auch liegen, dass ich dich ab und zu mal nicht treffe. Weil du schon überhaupt nicht mehr an der Stelle stehst. Aber du das bei mir noch tust. Wo zur Hölle bist du? Hier brennt die Hütte. Brennst du da weg und... Oh nein, du darfst dann... Bitte save es nicht in der Wasserstatt. Du kannst ja noch eine Sightseend durch deine Häuser vorher machen, ne? Welcher Häuser? Da ist alles abgebrannt. Damit was alles. Darrowau steht noch. Wo bist du denn? Ja, ich bin bei deinen Häusern und such dich und du bist bei dir. Nö, ich bin hier jetzt ein Mann. Nö, ich bin hier jetzt ein Mann. Mit einer Luxusvilla und laufet hier durch mein Ruin. Mann. Das war neu. Ja, hatte ich einen Euro... Äh... Hatte ich 1,50 Euro gekauft. Nein! Ich hab gar keine Munition mehr. Hilfe! Ich hab Muni an dir hoch bei deiner Basis holen, ne? Aua, 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 aua. Nein! Oh Gott, ich bin, ich beende das jetzt. Okay, ich geh jetzt noch einmal hin und beende das. Ich darf mir noch was entschieden. Leider weiß ich nie, wo der ist und das bedeutet, das ist das größte Problem bei mir. Ich weiß nicht. Du gehst jetzt hier hin und beendest das alles. Hm, ich komme jetzt zu dir und mach. Mach's mich jetzt platt? Komplett, endgültig? Hä, 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 hä? Willst du Stress? Willst du Stress? Ja, Stress! Wann kommt Stress? Stress hast du jetzt, denn ich hab zwei Never Stars. Jetzt hänger das, das. Ja, okay, du hast gewonnen. Aber auch nur die Strixen. Ja, und aus dem hab ich dich gewonnen, halt. Ja, du hast die erste Häuser gebaut. In der Zeit hab ich so gesagt, so, ja, ich such dich. Ich bin im grünen Kontin. Wo bitte, welche Kontin? Im grünen. Ich hab wirklich alle grünen Kontin abgesucht. Ich hab noch keine Waffe, ich hab noch keine Munition. War ich auch nicht, warte. Was machst du da unten? Ey, Tita! Tita, 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 Tita. Hex-Feeder! Ich hab auch gerade am Revo, am Leggen. Ich brauche jetzt die hier. Haben wir ein Backup? Mach jetzt hier was mit denen hier. Mach ich gerne. Ja, ich mach jeden Tag ein Backup. Boah, Alter! Mal schauen, was so ein Kriegsschiff aushält. Mann, fliegt man bei der Basis. Alter, aber das Schiff fällt verdammt viel aus. Okay, der ist der Bedrock-Raum. Also, das Schiff wird jetzt schon nicht so schön. Aber, schau mal auf die Brücke, die hält was aus. Jetzt fliegt er mal über eine Bar über dein Schiff. Flieg mal über dein Schiff. Aber schau mal, die Nessasnarzt ist jetzt. Ich bin nicht tot. Bin ich tot. Extrem lange, so. Das hält ganz gut. Ich lebe doch, ich lebe. Hier liegen Nessasnarz. Ich hab Nessasnarz. Ich hab Nessasnarz. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. ich habe gewonnen terroranschlag ich bin die wasser hier auf das schiff war im krieg und jetzt auch das andere schütten terroranschlag terroranschlag ich bin über das schiff ich bin mit drauf terroranschlag genau du bist ein passagier kommt okay das schiff ist noch halt nicht sorry jetzt hier auf ein anderes geht das andere schiff und jeder nach das andere noch heile schiffen ich bombardier dich und so muss sagen wir nicht auf dem schiff überleben weil wir haben was folgt warte im beendet die folge und machen ja kein special nur kleines ja ja komm also bis zum nächsten mal tschüss tschüss okay tschüss